Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich möchte nur zwei Punkte kurz richtig stellen. Es gäbe einige mehr, aber der eine ist, an den häufig unsachlichen Ausführungen der anderen Fraktionsvertreter zeigt sich einmal mehr. Da wird Kritik an bestimmten Einzelpunkten ganz bewusst missverstanden als Kritik an Europa. Nichts ist falscher als das. Wenn man aus Sicht des Steuerzahlers kritisiert, Ausgaben haben nüchtern gerechnet zu werden und wenn der Raum der EU kleiner wird, wenn eine Bevölkerung, ein Volk von fast 60 Millionen ausscheidet, dass dann der Etat auch entsprechend verringert und nicht einfach weiter so wie bislang oder gar erhöht wird, dann ist das eine ganz nüchterne Analyse und hat überhaupt nichts mit Europafeindschaft zu tun. Also lassen Sie diesen Quark, sachliche Kritik an Europa immer als Europafeindschaft darzustellen. Und der andere Punkt, wenn ein Herr Oettinger, EU-Haushaltskommissar aus Deutschland, trotz des Brexits einen Etatentwurf vorlegt, der einen deutlichen Anstieg der Ausgaben vorsieht und dabei noch äußert, dass auf Deutschland pro Jahr mehr Ausgaben in der Größenordnung von 11, 12 Milliarden Euro zukommen werden, dann ist das ein Punkt, den man sehr wohl kritisieren kann und sollte. Und jetzt mache ich mir mal den Spaß, mich hier bewusst auf den österreichischen Bundeskanzler Kurz zu beziehen, der gerade das kritisierte und festhielt, die EU nach dem Brexit sollte schlanker, sparsamer und effizienter werden. Genau das bezwecken wir mit unserem Antrag. Das ist der Kern der Sache. Darüber sollten wir sprechen und nicht über die ganzen Scheinargumente, die Sie vorgeschoben haben, nur um sich mit diesen sachlich-inhaltlichen Punkten nicht auseinandersetzen zu müssen. Vielen Dank.